Es ist so arg, wie viel da los ist. Es ist Sonntag. Wo sind wir eigentlich genau? Ach so, fragst du mich einfach. Aus der Krakenfirma? Ja. Wir sind in der Susshaus der Firma. Kiansanga. Können wir uns da hinschauen? Kiansanga. Klingt ja so, als ob wir zu weit gefahren wären. Ja, Kiansanga. Ich habe da gerade ein Sky Blue Hotel gesehen. Von der Kette Sky Blue Hotel. Sehr nervös. Also auf der Karte hast du es jetzt nicht gesehen. Nein, nicht überholen. Ich muss dich dann wieder zurück überholen. Ein ganz typisches ugandisches Dorf. Und ein ganz typisch sonntäglich beladener Mitsubishi Pickup. Der fährt nach Hause und bringt Familie Matoke. Matoke bis zum Umfallen. Denn... Es reicht wahrscheinlich eine Woche. Klappst. Überhaupt so lang. Hä? Du bist aber sehr optimistisch. Hängt von den Köpfen ab. Hängen wir der Familie Matoke Mittag, Matoke Abends. Matoke Abends. Bleib lieber täglich.